Also wir haben einen Campingplatz in Italien mit 60% deutschen Touristen und 20% der deutschen Touristen haben ein Mountainbike. Die 20% und 10% der nicht-deutschen Touristen haben auch ein Mountainbike. Und hier ist jetzt die Aufgabe, du siehst einen Gast mit Mountainbike, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist er ein deutscher Tourist. Das macht man jetzt mit einer Vierfell der Tafel. Also es gibt die deutschen Touristen und die nicht-deutschen Touristen und es gibt MTB Mountainbike. Und MTB nicht-Mountainbike. Und wir haben 0,6, 60% Deutsche am Gardasee, damit logischerweise 0,4, 40% nicht-Deutsche und hier 100% die Gäste vom Campingplatz. Und jetzt kommt diese eine Gemeinheit, 20% der Deutschen. Also 20% von den 60% haben ein Mountainbike. Das ist was hier steht. 20 von 60. Das ist 0,2 mal 0,6. Und das ist 0,12, also 12%. Hier stehen 0,12, die 12% der Deutschen mit Mountainbike. Und damit logischerweise, damit es zusammen 60 gibt, 0,48, 48% der Deutschen ohne Mountainbike sind Gäste am Gardasee. Und jetzt 10% von 40%, also das ist dann 0,1 mal 0,4 gleich 0,04. 4% sind es hier. 0,04. Die nicht-Deutschen mit Mountainbike. Und dann kann man den Rest wieder ausfüllen. Hier müssen es 0,36 sein. 36%, 0,84. Das ist so die Summe. Und 0,16. Gut, die... Das weiß ich jetzt schon alles. Weg damit. Jetzt kommt die Frage. Da gibt es eine Formel, aber erst mache ich es ohne Formel. Ich mache es erst anschaulich. Du siehst einen Gast mit Mountainbike. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist ein deutscher Tourist? Also ich schaue nur diese Zeile an. Also 16% Mountainbiker. 12% von allen sind Deutsche. 4% von allen sind Nicht-Deutsche. Das heißt, wie viel von denen... Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist dieser Mountainbike-Fahrer ein Deutscher? Da mache ich einfach anschaulich 12 durch... Also 0,12 durch 0,16. Und bekommen 3 Viertel. Ist 0,75. Und das ist 75%. Und das ist die Antwort. Aber jetzt sauber mit Formel. Das ist eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Also die Probability, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass er Deutscher ist, unter der Voraussetzung MTB. Und wenn man das einsetzt... Dann kommt hier eine schöne Formel raus. Das ist P von Deutsch geschnitten MTB durch P von MTB. So, und jetzt ein bisschen Platz machen. Das braucht man nicht mehr. Gut, und geschnitten. Das ist hier. 0, schön schwarz. 0,12. Dann P von MTB. Das ist gelb. Na, machen wir es irgendwie grün. Also das ist hier. Das sind die 0,16. Durch 0,16 natürlich das gleiche wie oben. Also das ist 75%. Ups, fertig.